Einmal kann ich noch. Was ist denn ein Drew daneben? Du hast ein Drew daneben aufgehoben. Achso, das ist irgendeine Pflanze. Hier! Was war das denn? Eine Dampfwolke. Okay. War jetzt nicht so effektiv. Nee. Okay. Okay. Ich habe die Wolke jetzt in der Plasma-Wolka verändert. Ja, ich sehe das schon. Okay. Okay. So. Ist da hinten noch was? Da ist noch einer. Ja. 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 Der ist auch noch gelähmt sich gerade Ja, durch die Plasma-Wolke Da sind genau die beiden richtigen hier oben Ja 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 Vom, ein Schuss noch. Ah wir fielen die APs dafür. Unglaublich Okay. Ich glaub das nicht, der hat die Der hat die Truhe eingepackt Was? Der hat die Truhe eingepackt Haha Und sich dann beschwert, dass ich zu viel zu tragen habe Ja Die Leichen hattest du auch durch? Ich weiß gar nicht, ob da was drin war bei den Leichen Nö Ablauf Naja, kannst du auch durchs Gift laufen, brauchst du nicht außenrum Ey, die Vogelscheuche ist Stufe 4 Yay Oh 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 Explosions-Skelett, als allererstes Okay Trevien. Und die Vogelscheuche brennt auch übelst. Ah gut, bei dem Regen hält das natürlich nicht lange. Eingefroren. Unten ist auch noch ein Skelett, ne? Ach, da hinten, ja. Pass auf, da unten ist noch ein Schleimpfass, ne? Und da ist ein Ölfass genau in der Mitte. Ja, das Ölfass ist ja okay. Ach, den falschen Pfeil angeklickt, verdammt. Oh, nö, das ist ganz okay. Und gelähmt. Einer noch. Achtung. Irgendwas zerbrennt da gerade. Ich seh das gerade, das Ölfass hat's irgendwie zerlegt. Äh, Kampf, wo, wer, wie? Mit wem? Du bist mit irgendjemandem im Kampf. Ja, rechts unten sind's zwei. Schau, ich warte hier mal auf dich. Geh' sonst einmal durch den Rasen durch, hier innerhalb der Wiese. Jojo. Geil, die, die Truhe verbrennt da gerade. Ja, das macht nichts. Wenn die verbrannt ist, dann, äh, fallen so ein paar Sachen runter. So, den räumen wir kurz. So. Ah, wunderbar. Schönes Feuer gelaufen. Ne, ist nur warm. Das war mal nice, ey. Ne, yep. Um die Ecke geschossen. Hm. Hast du noch einen Schlag? Nö. Ich koste die Sache noch mehr Aktionspunkte, wenn du nicht genügend, äh, Talentrenge drin hast, ne? Ja. Ah. Ah. Kann man unter anderem's machen. So, jetzt. Oh, jetzt haben wir ja nicht Platz. Das brennt aber ganz schön dafür, dass es hier so regnet. Mhm. Wegpunkt entdeckt. Also, irgendjemand, der Stärke hat, sollte so'n Schleimpass mal mitnehmen. Zack. Reicht das bei ihr? Ja, super. So, bevor, ne? Jo. Wir wollen ja erstmal hier die Gegend komplett erforschen. Ich seh grad, für den Zweihände hab ich tatsächlich keine Malis. Äh, mal los, se. Ich dingse. Mali. Danke. Mal landen. Mal landen, genau. Hä? Der hat Haar. Sag mal, war da mal Haar dran? Was? Na, bei der Leiche. War da mal Haar dran? Hier oben sind noch Leichen. Ich geh den mal plündern. Hä? Kommen wir mal mit. Sieh auch. Oh, ne, da sind verschiedene Dings, siehs. Tuch'n vier, cool. Ja, da vorne sind Explosionsteile. Ja, lass da mal drauf schießen. Warte mal. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Was? Was denn? Na, da ist so'n Explosionsding. Und? Ah. Ähm, da ist überall Öl, ne? Ja. Also mach, entzünde das einfach. Wenn der da durchrennt, ist er eh instant tot. Ja, warten, warten. So. So, das putzelt schon mal. Wow. Oh, da ist noch einer. Ja, die kriegen wir schon. Also, ich mein noch so'n Explosionsskelett. Ja, ja. Die sind vollkommen irre. Ja. Weiß nicht, wie groß der Explosionsradius ist. Nicht so groß wie gedacht. Aber groß genug. Und ein irres Lachen. Ja. Ziel ist nicht sichtbar. Ist das Ziel sichtbar? Nein. Ist zu sichtbar, ja. Das tat weh, mein Freund. Das tat weh, mein Freund. Nein, 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 nein. Verdammt. Scheiße. Aber hier ist nur warm. Sie brennt noch nicht. Trotzdem. Kannst du doch nicht, ey. Ja, wie oft ist mir das schon passiert, ey. Das ist echt nicht wahr, ey. Wo hast du... Ah, okay. Da ist noch ein so'n Explosionsskelett da, ne? Ja. Das muss jetzt mal rankommen. Die Brennze bringt. Ja, ja. 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 Die sind lustig. Die dürfen nur nicht vor dir stehen. Flüttel für eine verborgene Falltür. Na, guck mal. Ich hab ne verborgene Falltür gefunden. Die Falltür oder die Schlüssel dafür? Sowohl als auch. Ja, nice. Es ist ja schon interessant, der muss man ja sagen. Hm. Bist du da jetzt rein? Ja, ja, ich bin unten. Oh, Sammelkram. Hm. Oh, Fliegelkram ist sauber. Könnte ein Gegner sein. Schnurres. Was, bist du im Kampf? Ähm, nö. Im Gespräch mit Schnurres. Dem Geist, der mich fragt, ob ich einen guten Tag habe. Oh ja, ich hab in den Spiegel geguckt. Die Antwort von meinem Charakter war, Ah, sieht cool aus. Haha. Hahaha! Das wird interessant. Er holt einen Gegenstand, den er zerbrechen kann und wir haben 35 Sekunden Zeit, ihn zuzubrechen. So. Ja, hau drauf, ne? Mit allem, was du kannst. Okay. Okay. Fand er das jetzt nicht so gut? Offensichtlich nicht. Du hast gesagt, ich soll raufhauen. Ah, warum rennt der da jetzt hin? Ach man. Was soll's denn hauen? Na gut, Level 5. Ja, hier, guck. Da fehlt. Nochmal. Wow. Die hat Schaden genommen. Fast die Hälfte weg. Wer jetzt? Ähm, mein Wollgraf. Finde ich lustig. Manchmal springen die Dinger hoch und manchmal springen sie nicht hoch, ne? Wie die Lebenspunkte, die jemand verliert. Ja. Oder 85. So, 4. Hier. Ja, hier, komm, backen wir ihn dort. Der ist eh tot. Ja, sehr schön. Da lebt er noch. Ja, jetzt nicht mehr. Hau drauf. Ähm. Ey, du Dieb. Was? Den meisten Schaden hab ich gemacht. Ja, 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 ja. Also steh ich davor und dann kommt sowas. Nö, nö, nö. Ah, ja, 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 ja. Willst du schon sehen, was du davon hast? Ja, ich chill mir nicht so an hier. Du kannst mir die Schuhe, die Lederdinge machen. Oh, das wirst du bestimmt haben wollen, die Axt. Ja. Die Armenstolpen hätte ich gerne wieder. Ah, sofort. 29 bis 58. Oh, und hier hab ich noch nen Ring, den du mir gleich zurückgeben dürftest. Ja, das ist was für dich, weil, also die Armschienen. Das ist nämlich Schmieden plus eins und Taschendiebstahl plus eins. Ausgezeichnet. Ah. Dafür hab ich dann keine Telekinese mehr. Schade. Giftresistenz plus zehn Prozent. So, ich soll den vielleicht auch erstmal golden machen. Oder hab ich das schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Das ist ärgerlich, ey. Dann hab ich gleich keine Telekinese mehr. Macht nix. Die Mitspieler sollen eigentlich auch mal Giftresistenz haben. Aber Telekinese hab ich ja mittlerweile auch ein bisschen. Das passt ja. Die Axtas behalten. Äh, ja, aber die brauch ich jetzt nicht dringend. Wenn du so willst, kannst du das wieder haben. Nö, nur für Geld. Ja gut, das tauschen wir ja eh so hin und her, wie man's braucht. Eben. Aber hier hast du nochmal zwei Rüstungsteile, die kannst du gerne Gold machen. Das könnte interessant für dich sein. Eventuell. Ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Einhändig plus eins brauche ich zwar nicht, aber Telekinese habe ich jetzt auf... Telekinese habe ich jetzt auf drei. Ja, ja. Durch Gegenstände. Ja, ja. Ja, ja. Ja. weiter geht's mit haben wir es eigentlich halb elf müssen gleich mal irgendwie die karte würde ich gerne noch bereinigen hier ja geht ja nicht mehr so weiter links lang hier gucken ob dein wolfgolf noch platz hat vom gewicht her und noch zum teil mitnehmen kann die können wir unterwegs immer mal gebrauchen ja läuft ich habe wunden heilen ja durch diese armschiene jetzt die frage hilft das auch bei einem zombie nein ich glaube nicht probier es doch aus nein nein scheiße wow ich konnte gar nicht so schnell zaubern nee hattest du doch gespeichert oder naja versuch was er bevor du es in kampf machst weil du weißt nicht es unbedingt brauchst und es nicht weißt Untertitelung des ZDF für funk, 2017